Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy X. Wir befinden uns in einer Berghöhle am Berg-Gaga-Set und dürfen eine Runde schwimmen gehen mit Waka und Riku. Und schauen wir mal, was uns so hier drinnen erwartet. Ich glaube nämlich nichts Gutes. Weil Lula auch gemeint hat, wenn das sein sollte, sollen wir zurückschwimmen. So, ich sollte mit Tidus wieder... Schauen wir mal, Gift-Schwert. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Wir werden aber wieder sein Blitzschwert holen. So. Gut, dann werde ich mal mit dem Riku... ...ein bisschen zaubern. Und mit dir ballere ich die Fische hinab. Perfekt. Und du darfst dann wieder Blitz reinsetzen. ...schönen Ball draufballern. Und der lieber Tidus natürlich auch. Adios. So, ich möchte allerdings gucken. Ich habe ja hier... ...ich hatte hier jetzt irgendein Schwert. Und ich finde das total super, wenn der jetzt irgendwas mit... ...ein Blitz hat... ...hatten, haben wir nämlich hier leichteres Spiel. Und ich kann das bisschen schwinglich, weil das ganz so schnell geht. So. Gartenschutz. Gartenschutz. Glorie. Leuchtschutz. Also da habe ich laut geklotte Waffen, die nicht wirklich irgendwas haben. Blitzbombe. Das wäre für Waka nicht schlecht. Da könnte ich Riku auch was draufhauen. Blitzlanze. Blitzlanze. Genau. Das Giftschwert. Hm. Wenn ich dabei ehrlich bin, möchte ich da noch nicht wirklich was. Da drüben ist ein Schatzdom. Kann ich anscheinend noch nicht lange gehen. Ach, verdammt. Ui, ui. Ich bräuchte für Riku auch unbedingt. Ups. Aber ich fürchte mir nicht unbedingt jetzt. Ich möchte mir, wenn wir am Ende des Spiels sind, dieser ganzen Waffen irgendwie zusammenbasteln. Irgendwie. Jetzt fände ich es irgendwie unnötig. Wenn ich ganz ehrlich bin. Boah. Tidus, ne? Mit seinem Blitzschwert. Tidus. 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 Was ist das? Gagazette, erste Prüfung. Triff mein Wackers Ball. Den Schalter in der Mitte. Es war so spät. Getroffen. Nicht getroffen? Das war wieder zu. Ich hab ihn getroffen. Hä? Was ist das? Das kapier ich nicht. Das geht jetzt hier zu. Da, stirb! Okay, warte. Das kapier ich nicht. Nein, ich tu ihn mal zu spät. Ich geh jetzt wieder zu. Das war zu früh. Das war zu spät. Ja! Kriege ich nicht hier was? Doch, da ist eine Kiste. Guck mal. Level 1 für Europas. Ja okay, und was muss ich jetzt machen? Muss ich wieder den ganzen Weg zurück klatschen? Kapier ich nicht. Dann gehen wir halt mal zurück. Oh, Wackers Ball ist leider ein bisschen angeschlagen. Ich finde das niedlich, wie sie sich dreht. Das ist ein Blitzball. Er lebt immer noch. Ich hab schon. Oh Gott, arme Riku. So. Liebe Riku, du benutzt jetzt am besten eine All-Bad-Medizin, um uns alle mal ein bisschen zu heilen. Und Riku tut jetzt wieder Blitzwahr ein. Und erneut Blitzwahr. Und dann darf er noch einen Ball draufhauen. Dann ist das Ding auch mal down. Perfekt. So, dann werde ich wieder heilen und weiter geht's. Ich finde es aber interessant, dass wir hier so Prüfungen haben. So. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt. Reicht's langsam mit den Kämpfen. Müsst ihr nicht da und kämpfen. Es werden ja zu OP. So. Dann führen wir den ganzen Weg wieder zurück. So. Kann ich hier jetzt englisch werden? So, nein, das war's da oben. Ach Gott. Ich schaue es zum Präventivschlag. Ähm. Bye. Brauchen wir nicht. Hatten wir schon. Hab ich jetzt mein ganzes Team wieder? Tatsächlich. Da kann ich mir noch nicht dran. Okay. Komm, Geburtstag. Fehl Glück. Das sind jetzt Treppen. Okay. Das werde ich jetzt mal abspeichern. Was immer das da war? Keine Ahnung. Wo ist ich denn jetzt lang? Hm. Ich geh mal nach rechts. Nein, geh ich nicht, weil da Makina kommen. Bye. War mir eine Ehre. So. So. Hä? Na gut, dann geh ich den Weg lang. Ne, warte, was? Ne, da mal. Hä? Der Pfeil zeigt ja anders. Hä? Was willst du jetzt von mir spielen? Ich glaube, hier ist Gott nicht. Das Spiel verwirrt mich gerade mit dem Pfeil. Ja, hi. Nein, keiner weiß, was wir geben möchten abhauen. Danke. 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 Mich verwirrt der Punkt. Gut. Schau mal, was bei uns auch dort auf uns wartet. Na, wir möchten jetzt nicht kämpfen. Okay. Gagga-Set, zweite Prüfung. Drücke die Knopfe, die sich in den Löchern befinden. Suche die zur jeweiligen Größe des Lochs passende Person. Ich glaube, das wird Riku sein. Das wird Tidese. Und das wird Wakazana. Ne, okay, dann bist du das. Du bist das. Und du bist das. Ist das jetzt gestimmt oder nicht? Anscheinend, okay. Okay. Na gut. Gehen wir mal zurück, hätte ich gesagt. Ich habe das jetzt zwar nicht ganz kapiert, aber okay. Was das jetzt zu tun hat, dass wir da jetzt in die Löcher reingeschwommen sind. Hi. Bye. Bye, 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 bye. Ich hoffe, dass wir in der Zeit wieder beim Speicherpunkt zurück sind. Wieder vermutlich der Fall sein, dass sich das rechtzeitig ausgeht, dass wir dort sind. Äh, nein. Text, nein. Ich wollte eigentlich Ciao sagen. So. Och Gott. Ich tue wieder das Ding wieder. Echt widerlich. Wah. Nein, ich will nicht gegen Behemoth kämpfen. Bye. Keiner losgibt Behemoth. Kann ich da jetzt eigentlich? Och. Alle paar Zentimeter. Das ist echt schlimm. Ach, tatsächlich. Jetzt kann ich da rein. Sternenschutz. Sternenschutz. Was macht das? Was ist das? Oh, ich kann alle irgendwie... Dir bringt das noch nicht wirklich was. Mit dir würde ich... Nein, ich will da hin. Würde ich HP kriegen. Dann machen wir da mal auf, hätte ich gesagt. Du kriegst auch HP dazu. Mit dir wollen wir sowieso. Nein, warte. Ach so, es geht nur bis dahin. Okay. Da rein und gibt HP. Und Juna. Hier weiter. Und Rückzeit. Hier bringt das zwar nicht wirklich viel, aber okay. Gut. Ich wollte gerade fragen. Hm? Verdächtig, dass da nichts kommt. Nein. Ach so, du bist... Jetzt können wir fliehen. Jetzt geht's los. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Und im nächsten Part weiß ich nicht, was wir tun werden. Ich will hier endlich raus. Mir gefällt's hier drinnen nicht. Also. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.